Willkommen hier auf meinem Kanal, der Skar-Kanal. Willkommen in den heutigen elften Türchen unserer Match-Tex Adventskalender 2015-2016, genau, 50 Sammelkarten bis ab, inklusive eine limitierte Auflage und inklusive für Teenager Kulturel, diese Top-Sammelkarten. Was ist hier los? Fail, okay. So, das wurde das Elftes-Jusen. Hier, Olitsch von Hamburg. Wer wird das mal öffnen? Olitsch von Hamburg. Okay. Machen wir das zwei schöne Kärze drin. Okay. So guckt euch mal den Kalender an, Freunde. Er lernt sich. Und wird leichter und leichter. Genauso wie der Gritta Sportatwärtskinder. Okay. So. Da haben wir hier natürlich wieder von Borussia Dortmunds Mücke. Als Vegetarier. Besser als Aubameyang, weil Aubameyang ist ja der einzige Fußballspieler, die ich in der Bundesliga hasse. Ist einfach so. Keine Ahnung. Aber. Ja, weil wir haben Mücke. Aber 44 Angriff. 81. Kommt vielleicht daher, dass er sich immer so, wenn der Tor gegen Bayern schießt, sich immer so benimmt mit seiner, ähm, Batman-Maske. So, das kann ich nie ab. So, ich habe eine Angeberei. So, einfach nur Angeberei. So, dann haben wir hier von Werder Bremen Clemens Fritz. Und ne. Code natürlich. Wenn ihr euch mal erkennt. Wegen der Scheiß Qualität so. Das ist ja voll die Rotz Qualität. Ja, und das war es auch wieder so gewesen sein mit diesem elften Tischen unseres Matchtags. Wenn ihr euch gefallen habt, wenn ihr euch über eure Damen freuen. Und wenn ihr es wieder so schlecht fandet, um einen Daumen runter zu geben, bitte in den Kommentaren schreiben, warum das Video schlecht fandet. Da, ist das dann beim nächsten Mal dann wieder halt. Ja, besser. Und da wünsche ich euch wieder eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns morgen zum zwölften Tischen mit Bass Dost. Ich kann natürlich springen und es ist auf jeden Fall ein Weltspinner drin. Das glaube ich, genau. Wuuuuh. Bis zum nächsten Mal.